Musik Ja, hier Feuerwehr Briglin, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich bin hier im Westpark und habe gerade eine Katze auf einem Baum gesehen. Die kommt da nicht mehr runter. Sie müssen ihr unbedingt helfen. Alles klar, danke. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wiederhören. So Kätzchen, komm mal schön auf die Leiter und dann bist du gleich wieder unten. Miau Ah, du willst nicht. Aber keine Sorge, ich habe noch etwas dabei, um dich zu überreden. Wie wäre es denn mit diesem leckeren Fisch? Heute Morgen ganz frisch gekauft. Miau, miau Nein? Okay. Wie wäre es dann mit diesem Katzenfutter? Das Beste in Legulanien. Miau Miau Auch nicht? Okay. Dann biete ich dir mein Mittagessen. Diesen total leckeren Hotdog. Miau Was macht der denn da? Nun, ich denke, er will die Katze retten. Da wird er aber nicht viel Erfolg mit haben. Und wieso das nicht? Weil das eine granitanische Flugkatze ist. Sieh mal, sie hat schon ihre Flügel ausgebreitet. Los, mach jetzt hin. Was ist das? Der arme Feuerwehrmann sieht wirklich verwirrt aus. Haben Sie das gesehen? Ja, das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Flugkatzen aus Granitanien sind auch bei uns heimisch geworden. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Jetzt kommen, Dongdong. Wir kommen sonst noch zu spät zu Dr. Dinkelstein. Ja, bringen wir es hinter uns. Also, sowas Verrücktes habe ich ja noch nie erlebt. Ich denke, ich muss noch auf Vogelfänger umschulen. Naja, ich werde jetzt erstmal meinen Hotdog essen. Mahlzeit! Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.